Vorlage, Infobox, Fußballklub, Wartung, kein Bild der ASVFC Puch ist ein österreichischer Fußballverein aus der Salzburger Gemeinde Puch bei Hallein und spielt derzeit in der 1. Salzburger Landesliga. Geschichte, der Verein wurde am 6. September 1945 als Arbeiter-Turn- und Sportverein Puch gegründet und trägt die Klubfarben schwarz-weiß. In den 1990er Jahren fungierte der ASVFC Puch als Satellitenklub des SV Austria Salzburg und spielte in der 2. Division der Bundesliga. Als Spieler war hier auch der spätere langjährige Präsident der Salzburger Austria Rudolf Quenberger tätig. 1987 stieg der ASVFC Puch unter Spielertrainers Lavko Kovacic erstmals in die Regionalliga West auf. Kovacic fungierte später als Assistenztrainer der österreichischen Nationalmannschaft unter Hans Krankel und im Jahr 2005 als Go-Betreuer der Nationalmannschaft mit Willi Rotensteiner und Andreas Herzog. Nachdem 1990 Austria Salzburg in die Bundesliga aufgestiegen war, kamen viele Nachwuchsspieler der Salzburger, die in der obersten Spielklasse nicht zum Zug kamen, in den Tennengau. Der FC Puch wurde neben dem FC Salzburg immer mehr zur zweiten Kraft im Bundesland und im Juni 1992 konnte der kleine Verein erstmals seinen Aufstieg. In die 2. Division der Bundesliga feiern 1994 trat Heribert Weber von Austria Salzburg seine erste Trängerstelle beim kleinen Bruder aus dem Tennengau an und trainierte hier den späteren Nationalspieler Robert Ibertsberger. Trotz Webers Engagement und vielen jungen Spielern der Salzburger stieg der FC Puch schließlich wieder aus der zweiten Liga ab. Die Medienpräsenz sorgte dafür, dass der kleine Ort bei Hallein in ganz Österreich bekannt wurde. Bekannte Spieler und Trainer Franz Feck Robert Ibertsberger Maren Kukuljanin Jimas Özel Hans-Pin Winkler Gernot Plasnegger Mere Roslav Polak Rudolf Kweenberger Heribert Weber Hannes Winkelbauer Thomas Lampüker Onkelbauer Kunknär Winkler